Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Kaspar, ey, mach das nicht. Hör auf, lass das. Doch, doch, ich hab nämlich mega Hunger. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Aber weißt du, wo wir richtig viel Essen heute bekommen könnten? Wo denn? Komm mal mit. Und zwar hier bei den Häusern. Alter, wir haben heute vier verschiedene Häuser. Ich weiß nicht, ihr habt sie gerade eben hier gefunden. Da stehen auch so Sachen, so seid vorsichtig. Es wird bouncy und ganz, ganz verrückte Sachen. Okay, 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 okay. Ja, irgendwas kann man da drin machen. Das, sag ich dir, das könnte echt... Ich will da nicht rein. Ja, ich weiß. Also ich würde sagen, wir können aber hier in das aller, allererste Haus reingehen. Ja, okay, okay. Du sagst heute schon immer noch Essen, ja? Ja, also da kriegen wir auf jeden Fall was zu essen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch. Ja, für dich ein Steak, für dich ein Steak. Beim Essen bin ich auf jeden Fall immer dabei. Wow, ein ganz normales Ruhe-Steak. Sei froh, dass du überhaupt was bekommen hast. Ja, dankeschön. Hey, nicht mit dem Maulschwert. Okay, komm, weißt du was? Na gut. Wir gehen jetzt einfach rein in das Haus und dann mal gucken, Leute. Oh Gott, wem gehört das Haus überhaupt? Wem gehört das? Ich weiß nicht, die waren hier einfach so, ne? Das waren so vier verschiedene... Ich hab schon wieder Hunger, sehe ich gerade. Ja, ja. Warte denn hier, kriegst du zurück, kannst du das Schwein nehmen. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wo es jetzt hier hingeht. Es könnte... Aber ist das hier das Haus vom Weihnachtsmann oder was? Wurde hier jemand oder wie? Oh mein Gott, was? Hä? Was ist das denn? Ähm, da steht doch irgendwas. Okay, äh, wie sollen wir denn jetzt hier rüberkommen? Oh Gott, wie sollen wir... Den Sprung schafft man nicht. Den schafft man nicht. Ja, den kann man nur in einem Rhythmus schaffen. Ah! Was machst du? Nein! Was machst du denn? Oh, das war wohl der falsche Weg. Ich denke auch, das hast du die falsche Option. Also, ich glaube, ich bin nur nicht weit genug gesprungen. Okay, dann probier du mal jetzt aus. Oder muss man hier irgendwie rechts und links auf diese Kanten springen? Äh, kann gut sein, ja? Könnte gut sein. Weiß nicht. Ich mach mal einen Anlauf. Mach mal einen Anlauf, mach mal einen Anlauf, okay. Ich geb den Schutz ab. Ja! Ey, du Asi! Nein! Oh mein Gott! Einerhalb Herzen! Oh mein Gott! Oh, okay, es geht... Oh, jetzt rein ins Wasser. Oh mein Gott! Ich hab dir sogar einen Schwung gegeben, ne? Du bist direkt drüber gekommen. Ja, danke, danke, danke. Jetzt brauch ich aber essen, weil ich hab nur noch zweieinhalb Herzen. Okay, vielleicht ist da was in der Kiste da vorne drin. Das könnte ja sein. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oh, jetzt aber hier ganz... Ah! Also, echt? Oh, Mann! Du hast nicht mehr den leichtesten Sprung geschafft, oder was? Ja, weil ich nicht mehr spritten konnte, glaube ich. Na, komm schon, du schaffst das! Ja, ich musste jetzt mal auf dich warten, okay. Ah! Okay, warte, warte. Okay, nee, jetzt... Das glaube ich nicht. Das ist ja... Das kann nicht sein. Also, Kassler, das... Oh mein Gott! Also, das sind die leichtesten Minecraft-Sprünge, ne? Ja, ich kann nicht sein. Wenn wir erstmal einen Parcours spielen, ne? Wir werden nämlich... Oh, ja, ich hatte... Weißt du, was das Problem war? Jetzt... Aua, hör auf! Weißt du, was das Problem war? Was denn, was denn? Jetzt geht es auch. Ich hatte die falsche Sprint-Taste die ganze Zeit. Ah, okay. Hä, wir haben ja einfach gar keine Rüstung. Wir sollen jetzt hier ohne Rüstung gleich antreten. Warte, was steht da? Warte mal, was steht da? Hier kommst du wohl nicht durch. Hä, tatsächlich, hier ist eine Eisenwand. Hä? Was soll da... Wie soll man denn jetzt da rauskommen? Äh, was ist hier in der Kiste? Warte, was ist hier in der Kiste? Was ist das denn? Ist das Dynamit, oder was? Das sieht aus wie Dynamit, glaube ich, ne? Und jetzt? Oh mein Gott, ready steht da. Ready. Und jetzt? Oh mein Gott, ich kann jetzt... Oha. Was macht man? Wieso, was geht da? Wir turnieren. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh zurück, geh zurück. Oh mein Gott. Nein. Oh! Oh, da ist ein Creeper. Freigesprengt. Was? Oh mein Gott, da kommt ein Skelett. Kommt ein Skelett. Oh Gott. Mit einem... Au! Ja, ja. Das hat sich ein Feuer gefeuert. Oh, ja, ja, okay, warte, das ist toll. Hallo ist kaputt. Das ist echt richtig gut. Das ist richtig gut, das Skelett. Und der Hinsprung so. Fülle zurück. Sehr gut, sehr gut. Oh, das Skelett ist jetzt aber weg, ne? Das Skelett ist weg. Ja, das ist durchgezogen. Wir haben hier sogar noch einen Detonator über. Ein TNT, aber über. Oh, der ist echt krass. Ja, vielleicht können wir den noch gebrauchen für später oder so. Den können wir vielleicht gebrauchen. Okay, was haben wir hier? Ja. Ey, das ist... Oh Gott. Ich weiß, hier... Drück drauf. Okay, die Tür geht auf. Okay, der macht auf jetzt hier. Was haben wir jetzt hier? Okay, und hier? Essen! Was? Endlich! Und da, ist das ein Knopf? Oh mein Gott! Hä? Lol! Yo! Ich bin zurück... Du hast mich zurückgesetzt. Ich wurde auch zurückgeleportiert. Oha! Ich hab gar nicht draufgedrückt. Du hast mich draufgedrückt. Du standst quasi auf dem Block drauf, ne? Ah, und jetzt... Oh! Hast du jetzt gerade Waffen? Ich hab keine Waffen, ey! Ey! Ne, ich hab auch keine Waffen, aber ich hab noch diesen Detonator. Wir haben was zu essen, ey! Ey, wir machen den gleichen Tanz, wir machen den gleichen Tanz. Ja, stimmt, 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 stimmt. Okay, dann, äh, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt nämlich ein Haus, da steht... So ein Schleimhaus. ...wird bouncy? Okay, ob wir da reingehen, oder was? Du gehst vor, du gehst vor. Okay, ich geh vor. Oh Gott, was ist denn da unten? Oh Gott, oh Gott, ich hab Angst hier. Oh, ich... Ey! Du gehst vor, hast du gesagt! Oh Gott, ey, was? Oh Gott, hör auf, wir hast ausgepuppt. Ey, ich brauche mich die Schleimlöcke auslegen ab. Hör auf damit! Okay, was? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ey! Ja! Ja! Selbst schon! Oh, ja! Oh, okay, ich hab mich hier weggebounced. Oh mein Gott! Okay. Du hast mir geholfen? Danke, oh mein Gott. Warte, ich brauche mal einen Apfel, ich brauche mal einen Apfel. Oh mein Gott. Oh nein, ich auch, ich auch, ich auch. Okay, und jetzt? Was ist jetzt hier? Äh, hier. Oh mein Gott! Wieso will das denn überleben? Ich glaube, an denen müssen wir, äh... Können wir doch nicht einfach runterspringen und die runterschlagen in der Luft? Theoretisch ja, theoretisch ja. Okay, pass auf, warte, beeilig. Oh mein Gott, schön gesprungen. Und bouncen! Oh, ich schaff! Ey, der hat mich runtergehauen! Der hat mich runtergehauen. Weiter bouncen, weiter bouncen. Bist du oben? Bist du oben, oder was? Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben, ich kämpfe gegen die jetzt. Okay, geh weg da, geh weg da. Ey! Au! Ich will das Skelett nach unten. Au! Warte, schnell, 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 bald. Ich geh nach oben am besten. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Okay, ich hol mir jetzt direkt den Apfel. Oh nein, das Skelett feuert sich auch auf mich. Das sieht, glaube ich, ja, das sieht gerade sicher aus. Au, es feuert auf mich! Ja, ja, komm nach oben wieder, hier ist eine Leiter. Nee, ich komm nicht mehr hoch, das wird voll schwer, weil das Skelett haut nicht ab! So, warte. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich ein Herz. Das böse Skelett hier. Mann! Ja, da kommt man nicht hoch. Alles ist auf mich gelockt. Ich warte hier oben auf dich. Okay, jetzt zwei nach Besuch. Da bin ich wieder. Oh, boi, oi. Okay, ich bin drüben. Oh, boi. Ich bin drüben, Kassler. Nein, ich noch nicht. Oh Gott, hier sind gerade Zombies. Warte mal, hier sind Zombies. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen. Ich mach die gerade weg. Ich mach die gerade in der Zeit weg. Oh, hier sind auch irgendwelche. Okay, sehr gut, sehr gut. Mach mal, mach mal. Ich bin hier, gehe gerade die Trempe nochmal hoch. Hier sind zwei verschiedene Wege. Ich weiß nicht, welche wir gehen sollen. Ich werde hier mal einen Weg runterzuschupsen. Er springt nicht mal einen Meter hoch. Er springt nicht mal einen Meter hoch. Ihr darfst ja nicht direkt. Oh, komm. Bitte, bitte geh rein, Zombie. Bitte geh rein. Ich sehe gerade, dass das Skelett gegen den Zombie kämpft. Ich habe meinen Zombie schon mal überlebt, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und den zweiten auch. Okay, ich warte jetzt hier auf dich. Hier sind nur ein paar Fledermäuse. Ich komme. Äh, wapa. Ja. Nein. Nein, du musst mal mal probieren. Das war so knapp gerade. Mann. Oh Gott, ich probiere einen Zombie runterzuholen. Wo bist du, Caspar? Wo bist du? Ich komme, Geronimo, hier. Nein. Hast du geschafft? Ey, was? So knapp. In doch meine Hand. Mann, das ist die ganze Zeit so knapp. Okay, warte mal. So, ich mache jetzt hier nochmal eine Schleifung auch nicht hin. Also, du kannst jetzt, ich habe jetzt den Weg freigemacht. Hier sind auch keine Monster mehr, ne? Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich gehe hoch. Jetzt komme ich. Ja, wo denn? Und boom. Ja. Oh mein Gott, was? Oha. Endlich. Sehr gut. Wir haben jetzt, Alter, was? Der Lava-Weg. Oh, wir bouncen hier voll. Und? Der Lava-Weg oder der Wasserweg. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, lieber der Wasserweg, oder? Ja, ja. Lava. Ich glaube, Lava ist nicht wirklich das Beste, ne? Ey, auf damit. Geh, Reiter, komm. Ey, okay, ich komme hinter dir her. Nein. Oh mein Gott, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Was? Nein. Das war ein Bait. Als ob. Oh Gott, ich glaube, das war der falsche Weg, Kasper. Ja, ich glaube, das war der falsche Weg. Oder musste man sich da irgendwo festhalten am Wasser. Ich gehe da nicht nochmal runter. Das ist, ich denke mal, der Lava-Weg, ne? Also sagst du lieber der Lava-Weg, ne? Oh. Nein, geh nicht, geh nicht. Oh Gott, doch, 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 doch. Was? Okay. Oh Gott. Was haben wir jetzt hier? Ich höre schon ganz viele Zombies. Eine Laser-Rifle? Was? Oh mein Gott, die sieht krass aus. Was? Ich will einen hier wissen. Oh Gott. Was ist da denn? Oh, was machst du denn? Schieß. Still, aufs Glatt schießen. Was? Oh, was? Noch mehr. Oh, oh. Oh, hinter dir, hinter dir. Aua. Aua, du hast mich angeschossen. Ich hab dich getroffen und hast du mir leider auch gesehen. Ja, du hast mich getroffen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind die, Alter? Das ist so eine krasses Tile, sag mal, so eine Laser-Rifle. Ey, das sieht echt, das war echt gerade schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber guck mal, ich bin ein bisschen asymmetrisch, die sich da mit der Tür. Okay, jetzt müssen wir hier. Ah, da ist noch ein Zombie. Pass auf, der ist wahrscheinlich richtig krass, ne? Hä? Was ist das mit dem? Mach auf, mach auf, komm. Komm, du pass auf, ich schieße. Oh Gott. Mach nochmal auf, warte. Oh mein Gott, okay, sehr gut. Ja, sehr schön. Okay, dann können wir, ey, ich will die Knochen gar nicht haben. Jetzt aber wieder so zurück. Ja, jetzt sind wir beide, ja, jetzt bist du auch zurück. Alter, okay. Das war anscheinend das bountige Haus, ne? Das ging aber noch, das waren bis jetzt noch nicht so crazy Sachen, ne? Ey, aber ich fand das schon schwer, muss ich sagen. Also jetzt will ich gar nicht wissen, was hier in so einem Diamantenhaus drin ist. Stell dich auf etwas Großes ein. Großes? Was ist denn eigentlich das Schwulherr? Ey. Die hab ich gefunden von dem Zombie eben. Ja, okay, okay, okay. Dann, äh, ich würd sagen, ich bin auch drauf gespannt. Okay, wir gehen rein jetzt hier, mal gucken. Oh Gott, ey, was machst du denn da, ein Zombie? Oh Gott, nein! Ey, unglaublich, ey. Das ist ja unglaublich. Komm, du darfst es auch einmal machen, du darfst es auch einmal machen. Na komm. Oh, Zombie! Alter, in der Luft mit dem Trickshot. In der Luft mit dem Trickshot hab ich den wegholt. Oh Gott, vor uns, vor uns, vor uns. Oh Gott, was ist da vor uns, was ist da vor uns? Ne, warte mal, die kommen noch nicht rüber, guck mal. Stimmt, eine Sekunde, guck mal, ha, ihr Zombies, ihr kommt. Hier bin ich, hier bin ich. Ey, du springst mit dem Ding an in die Luft. Kannst du mit dem in die Luft springen, mit den Teilen? Hä? Kann ich mit dem höher springen? Irgendwie schon, du kannst mit dem höher springen, guck mal. Warte mal, das ist... Ja, stimmt, du hast recht, dann komm ich doch hier eigentlich rübergesprungen, oder nicht? Äh, weiß ich nicht, hier müssen wir anscheinend hier vorbeigehen, ne? Warte mal, ich geh jetzt mal ganz kurz... Oh, mit den Leit führen. Okay, geh du mal ruhig rein, ich mach mal zu hinter dir. Ja, ich hau die Zombies mal weg mit der Laserkanu, dann kannst du da vorne wieder rauskommen. Okay, hau die mal weg jetzt hier, mal gucken. Boom! Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, sollt ihr den Sprung rüberprobieren? Okay, sollt ihr den Sprung rüberprobieren? Laser gelasert. Ähm. Das Problem ist, wenn ich das nicht schaffe, dann brenne ich, ne? Ja, ich geh auch nicht mehr durch die Tür einfach durch. Ich geh auch einfach durch die Tür durch. Das ist, glaub ich, am entspannendesten, ne? Alter, was? Wir haben jetzt grad einfach DIA-Rüstung, Leute. Ich seh es gerade, ja. So, so. Ja. So, sehr schön. Und jetzt können wir hier Dingsen, was haben wir hier drin? Oh, Diamantschwerter. Oh, ja. Okay, aber warte mal, dann ist er wahrscheinlich dahinter, als irgendwas richtig, richtig heftiges oder so, ne? Stimmt, das Haus, da scheint doch irgendwas, mich erwarten, was Großes oder so. Oh nein. Let's go machen, oh mein Gott. Was ist denn das? Was ist das? Das ist so ein richtig großes Monster. Oh, er hat dich gesehen. Was macht er da? Oh nein, 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 nein. Er greift an, er greift an, er greift an. Okay, warte mal, wir haben noch unser... Aua, er hat mich getroffen. Oh mein Gott. Warte, ich glaub, warte mal, der hat doch so ein DIA-Schwert hinten drin, ne? Vielleicht muss man ja auch... Stimmt. Oh Gott. Warte mal. Du hast so einen Gold-Apfel, der drängt dran, ne? Du hast so einen Gold-Apfel. Gold-Apfel, Gold-Apfel, ja, ja, wichtig. Oh mein Gott. Was war das denn mit einer Attacke? Der hat grad die ganzen DIA-Blöcke nach oben gemacht. Guck mal, wie ich den Schaden nicht nur gemacht habe. Ah, was? Ich bin fast tot. Oh mein Gott, schnell. Man macht ihm gar keinen Schaden, weil er eine Rüstung anhat. Gut, Goldapfel. Man macht ihm gar keinen Schaden. Oh, vielleicht in der Laser-Kalone machen wir keinen Schaden. Was? Okay, wir müssen... Nein, was hat er für eine krasse Rüstung? Mach nicht seine Waffe weg. Wir müssen hinten, glaube ich, angreifen. Da, wo das Schwert ist, glaube ich. Ah, von hinten. Ah, warte mal, ich greife an. Au. Oh mein Gott. Ja, geht das? Geht das? Hinten, von hinten, oder was? Okay, Angliff. Ah, die Axt, ich weiß, bam. Ja, oh mein Gott, sehr schön, sehr schön. Aua. Ey, passt auf, passt auf. Der macht aber gut Schaden, der macht aber gut Schaden. Ich weiß, ich weiß, muss er an A gehen oder wieder weg? Hier, ich lock ihn an. Jetzt, 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 und? Ah, warte. Oh mein Gott. Der hängt wieder mit einem Axt im Boden. Auf mich kaputt. Oh mein Gott. Ich lock ihn, ich lock ihn wieder. Ich lock ihn wieder. Der muss eine Axt hauen, mit der Axt hauen. Jetzt. Au. Oh mein Gott, der hat mich was gekillt. Ich weiß, das ist zu B. Oh mein Gott. Jetzt, 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 hängen fest, oder? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, der geht um mich. Wir müssen uns jetzt gleich mit der Pistole gegenschießen, ne? Das können die wahrscheinlich direkt... Jetzt, jetzt, bam, bam. Nein, er hat mich. Oh, oh. Warte, es hat gerade richtig fett Leben abgezogen. Nein, er hat mich gekillt. Komm schnell her und hol deine Sachen. Dein Grabstein ist hier. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Eng, fest den Boden. Erst was tot, erst was tot. Komm schnell her, beeil dich. Au. Bin wieder da. Du schnappst deinen Grabstein schnell. Ich lenke ihn ab. Schnell, 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 hab alles, hab alles, hab alles. Oh, jetzt, jetzt, hau ihn. Hau ihn, Caspar. Ja, ich hab ihn. Oh mein Gott. Was passiert mit ihm? Alter. Noll. Was ist denn jetzt los? Was ist mit ihm gerade passiert? Was hast du bekommen? Da war was. Ich hab die Axt von dem bekommen. Zeig mal, zeig mal. Und sein Helm. Guck mal. Ja, wie sieht der denn aus? Alter, und die Axt, guck mal die Axt an. Oh mein Gott, ist die... Aua, hör auf. Ist die stark? Oh, ich kann's sogar so machen. Ja, die ist mega stark. Au, jetzt hör mal auf hier, guck mal. Ja, ist tut mir leid. Was haben wir da drin? Ganz viele Dias. Oh, Diamanten. Alle mitnehmen, Caspar. Alle mitnehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, mal, hier wieder zurück. Und, ja, korrekt. Ah, jetzt ich auch. Okay, warte mal, ich muss sogar ganz kurz hier gucken. Meine Äpfel, die hab ich auch. So, Dia-Helm, so, das kommt weg jetzt hier. Das bäunig, das bäunig, bäunig. Ja, siehste, läuft doch. Alter, ich hab hier, guck dir's mal an. Ich hab die komplette, fette Axt grad von denen, ne? Alter, okay, okay, komm, wir gehen weiter hier ins nächste Haus. Was ist da oben? Das da ran, so, okay. Hier würde ich nicht reingehen wollen, äh. Oh, nein. Wieso, was könnte das jetzt für ein Gegner sein, ist das die Frage? Ich kann das hier, gar kein Gegner wahrscheinlich. Oder irgendein, nicht, dass da irgendwelche geheimen Fallen sind. Das könnte auch sein. Okay, 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 jetzt bin ich gespannt. Dann machen wir jetzt hier auf und, äh. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, vorsichtig, vorsichtig jetzt hier die Treppe. Er muss ganz vorsichtig einfach runtergehen, ne? Da, aber wir sind einfach aufpassen. Oh, was ist denn hier? Komm runter, komm runter. Äh. Oh, gefangene Villager. Ja. Ey, das ist Stewie, mein Kollege. Warte, kann ich dich befreien, das Axt jetzt hier? Das Stewie hat das Haus, was geht? Äh. Befrei dich. Oh, aua. Warte mal. Du sollst Stewie nicht hauen. Bam. Hör auf. Hau auf, Stewie nicht. Ich hau dich gleich wieder Axt der tausend Dinger, ne? Hör auf jetzt. Und zack. Na gut, okay, mach du da deinen Schnapp, was ist hier? Nicht betreten steht hier. Wieso, was steht da? Hier steht nicht betreten auf dem Schild. Aber warte mal, können die Player uns irgendwas geben? Wir haben doch Sachen nachdem bekommen, Diamanten. Warum hau ich die, der Idiot? Ja, aber du killst die hier. Wahrscheinlich wollen die uns jetzt noch was geben, merkst du selber, oder was? Äh, ich gucke jetzt mal grad hier, äh, so. Nein, die wollen uns gar nichts geben. Da, hat der hier vielleicht? Ah, ich hab grad Leder weggeworfen, wir haben die Emeralds oder so bekommen, ne? Aber hier aufmachen können wir nicht, ne? Du stehst grad, ja. Okay. Dann, äh, gehen wir mal weiter bei den Emeralds. Nicht betreten, aber hier? Ich hab Resistenz und Feuerresistenz dadurch bekommen. Ja, vom Goldopfel wahrscheinlich. Also ich hab hier noch so, hier ist so ein Hebel, siehst du den? Ja, okay. Wollen wir den umlegen, oder nicht? Ich lege den Hebel mal um. Oh Gott. Hä? Oh Gott, da können wir durch. Oh Gott, das war schon offen. Ja. Ach, lol. Was ist das? Lol. Hä? Können wir mal was der, was der Hebel jetzt grad macht. Also das weiß ich auf jeden Fall jetzt auch nicht. Weil sie auch nicht. Was steht hier? Aufzug, aufzug, aufzug. Nicht drücken, hier ist irgendwas. Was ist das denn? Oh, TFG, Armon, Nuklear, Power oder sowas, ne? Hä? Nimm die, die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe. So ein Laser, was ist das denn, so ein Atomwaffe, oder was? Alter, das sieht ja richtig crazy aus. Alter. Hä, und was, wenn wir jetzt hier auf den Knopf darauf drücken? Oh, 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 oh my God, was ist das denn? Oh, 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 oh my God. Oh, oh my God. Oh, oh my God, warte mal, lass mal ganz kurz die Zombies holen. Pass auf, die Zombies, die Zombies. Das Ding kommt. Oh my God. Was ist das denn? Lauf! Ich bin gestunnt, Hilfe, schieß es ab. Nein, schieß es ab, Schieß es ab, Schieß es ab. Wir haben es, wir haben es. Haben wir es? Haben wir es? Ich glaube, ja. Oh my God. Oh my God, mit der Atomwaffe direkt geholt. Alter, es hat mich gerade fast geholt, das Ding, ne? Da liegt irgendwas, da lag was, da lag was. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Hier, Eiskristall. Wie, Eiskristall? Oh mein Gott. Wie, mach mal. Ich kann dich damit verzaubern, warte mal. Ehrlich, kannst du das? Oh, ich kann dich einflieren. Aua, stopp, 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 das macht, aua. Ich kann dich mal einfach einflieren. Stimmt, ich hab den Sloanus. Und hast du noch irgendwas anderes bekommen? Nee, das war's. Alter, der war ja richtig fett, das Monster, ne? Der war ja übertrieben fett. Alter, Junge. Hä? Okay, warte mal. Jetzt geht's hier aber noch weiter. Ich krieg die ganze Zeit Hunger jetzt hier gar nicht. Was ist da hinten jetzt? Was glaubst du, hat das Monster bewacht? Du musst ja irgendwas Krasses bewacht haben. Du musst irgendwas richtig Krasses bewacht haben, ne? Okay, mal gucken. Und. Okay. Oh, ganz viel Kuchen. Ja, esse. Davon rede ich doch. So viel essen, wie es geht, ne? Guck mal. Das schreit doch jetzt nach einem PvP-Kampf, oder nicht? Schön, jetzt ganz viel Kuchen essen. PvP-Kampf. Wenn du verlierst. Lecker, ich würde sagen, 1 gegen 1. Los geht's. Au, 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 au. Wow. Au, 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 au. Okay, kein Problem. Was machst du? Wo bist du? Nee, alles gut. Alles gut. Okay, 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 okay. Ich benutze die Kraft der Eiskristalle. Ja, der Eiskristalle. Kraft der Eiskristalle. Ich werde mich hier ganzes durchbauen, Leute. Oh nein. Ich muss nachladen. Okay, Sekunde, Sekunde. Wo bist du? Ich hole da, ich hole euch die Axt raus. Wenn es sein muss, hole ich die Axt raus. Ja, okay, okay, okay. Komm doch, komm doch. Was willst du, hä? Was trägt, dass ich noch ein Apfel? Ich klanze. Komm, Schwerterkampf, Schwerterkampf. Schwerterkampf willst du? Okay. Ja, okay, komm. Hey, ich habe gesagt, Schwerterkampf. Okay, warte, ich komme rüber. Ich komme rüber. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Schwerterkampf, trau dich. Nein. Schwerterkampf. Ich trau mich hier gar nicht. Trau dich, sag mal. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder, ich hatte ein halbes Herz. Ja. Da haben wir ihn geholt, Leute. Nicht schlecht. Verdammt. Was stehst du da, Kasper? Ich will hier raus und da draußen ist eben jemand lang gelaufen. Ehrlich? Oh nein. Ja, und er hat gesagt, wir sind hier drin eingesperrt. Was ist denn das für ein krasses Gefängnis? Sind wir hier irgendwo? Oh mein Gott, guck mal. Da ist alles schwarz draußen, alles voll dunkel. Ist echt voll dunkel. Warte mal, hier die Tür, die kann man doch nicht schon einfach aufmachen. Kann man aufmachen. Nein, natürlich nicht. Die kann man auch nicht aufmachen, das ist auch alles dunkel. Hä? Warte mal, hier muss man doch irgendwie, kann ich hier durchrufen? Hallo, kommen Sie zurück. Kann der irgendwie nicht uns holen? Hier ist doch irgendwo jemand. Kann man hier dann vielleicht einfach durchgehen oder so? Ah, gute Idee. Warte mal, hier geht's. Okay, es geht nicht. Aber, warte mal, warte mal. Hier sind doch versteckt, ist da was drinne, in der Kiste? Nee, nee. Und im Ofen auch nicht. Hä? Wir haben keine Materialien, gar nichts? Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Oh, wir können locker hier durch. Wir können locker hier durch. Stimmt, stimmt. Und ja. Nein. Oder? Kann man tauchen? Tauch runter. Nee, nee, es geht auch nicht. Da kommt man nur mit seiner Hüfte rein oder so. Bro, wie sollen wir hier rauskommen? Hier ist doch irgendwo bestellt, ein versteckter Knopf. Also, du bist sicher, dass hier nichts war, wo man rausgehen konnte? Ich hab hier durchgerufen, aber da ist auch, guck mal, da würde ich gar nicht reinpassen. Oh, warte mal, guck dir mal das Bild an. Wir können theoretisch durchs... Ah, glaubst du, da hast du einen Durchgang beim Bild? Drei. Okay, mach. Zwei. Mach. Eins. Oh, wir los. Ja. Oha. Guck mal, wie das gebaut ist. Wir konnten einfach durchs Bild rausgehen, was? Das war auch einfach, das ist doch du da auf dem Bild drauf gewesen. Hä, das bin ich nicht. Hä, das bin ich nicht. Okay. Oh, guck mal. Wo sind wir? Wähle an, die richtige Tür. Alter, was ist da rechts? Ich will gar nicht rechts gehen. Okay, okay, komm. Hier, goldene Tür. Ich mach die goldene hier auf. Die ist doch safe, die richtige. Äh, okay. Dann gehen wir durch Gold. Drei, zwei, eins. Und... Oh, was? Nein, das Lamasee, hä? Ey, mach die Tür wieder auf. Nein, du bleibst jetzt da. Gut, komm raus. Aufmachen. Ich glaub's ja nicht. Okay, die war's nicht. Die war's nicht. Okay, dann... Warte mal. Ja? Dann doch die diamantfarbene Tür hier. Warte mal. Nee, guck, da ist doch jemand. Okay, warte mal. Oh Gott. Hast du ihn gesehen? Ja. Oh Gott, was ist das für ein Ding? Hau ihn mal weg, hau ihn mal weg. Was ist das? Jetzt! Oh Gott. Ja, guck mal. Hä? Der ist nett, oder? Oh, pass auf. Der will uns irgendwie hauen oder sowas. Was ist das mit dem? Was ist das mit? Oh, da ist noch was drin. So diamantspinnen. Was? Äh, äh, äh. Die kann man gar nicht hauen, weil... Pass auf. Der haut oben. Pass auf. Der ist gar nicht weht. Ach, sieh, ne, ne? Oh Gott, das ist aber ganz, 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 gefährlich. Okay, dann lassen wir durch den Erdblockweg gehen. Das ist doch niemals der richtige Weg, oder? Ja. Oh, doch. Wieso denn nicht gleich so, sag mal? Ganz viele, ganz viele, oh Gott, Federmäuse. Ganz viele Federmäuse auch hier in der Enkel. Guckt uns einer an, ne? Was wollen die alle? Äh, okay. Äh, oh, was? Was ist denn hier? Hä? Wow, nicht schlecht. Okay, das ist auf jeden Fall... Warten mal, können wir hier so ein Obby machen oder sowas? Ja, safe, safe. So ein kleines Parcours hier. Ist so ein kleines Parcours. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier müssen wir... Warte mal, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Warte mal, bleib mal da. Und? Ja, ja. Boah, ja! Ach, als ob? Hä? Okay, das ist natürlich mega, mega clever, ne? Okay, gut zu müssen. Ja, mach mal. So, zack. Mir fällt doch gerade auf... Ey, wenn man jetzt runterfällt, dann musst du alles von vorne machen. Du meinst... Oh, 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 ha! Okay, du hast recht. Du hast recht, das wäre jetzt auch egal. Okay, schön mit Anlauf und gar nichts drücken, ne? Und? Ja! Ja! Ich hab's auch geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, okay. Okay, das war nicht schlecht. Dann lass uns mal hier hochgehen. Äh, wir gehen nach oben. Ich seh's schon. Okay, hier ist so ein Schleimblock und du musst auf den Knopf drücken. Mach mal. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du musst alles von vorne machen. Nein. Hey, aber warte mal. Okay, warte. Das heißt, ich bin jetzt hier oben drauf. Und dann drück ich den Knopf und ich flieg nach oben. Wow! Warte, das ist ne Kiste. Hä? Das ist ne Kiste oben. Können wir da... Hä? Ach, da springen wir euch nachher hin. Ja, wir müssen nach ganz oben und dann von oben auf den Schleimblock, glaube ich. Und dann da rein. Okay, 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 okay. Warte mal, dann mach ich jetzt hier. Oh! Oh mein Gott. Okay, okay, komm. Mach drauf. Okay, warte, warte. Ich muss aufhören zu bouncen, sonst ist es nachher noch nicht verwirrt oder so. Und... Oh! Oh Gott. Oh! 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 Nein! Was machst du? Bist du runtergefahren? Mann, ja, weil du im Weg warst. Du bist zu früh gesprungen, ich war nur noch gar nicht drauf. Mann, na gut, ich komme. Ich komme und boom! Okay, okay, okay. Okay, jetzt warte noch. Ja, ich warte, ich warte. Oh, sehr gut. Jetzt darfst du auch springen. Jetzt bin ich auch auf dem Nächsten drauf. Ja! Sehr gut. Passt. Und dann einmal... Oh, noch nicht springen. Noch nicht springen. Alles gut, alles gut. Zack, jetzt aber. Zack und ja. Und zack, auch optimal. Sehr gut, sehr schön. Ja, bist du weg? Ja, ich bin weg, auf jeden Fall. Oh ja! Okay, sehr schön. Und letzter, kurz aufhören. Und zack, okay. Ja, sehr gut. Und boom! Alter, okay, jetzt musst du das auch noch schaffen. Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott. Was hast du denn jetzt gerade da gemacht? Ich hatte Angst, bei mir war vor mir komische Anzeige. Alter, okay. Ich hatte Angst, noch rüber zu schreien. Okay, sehr gut. Dann, ich glaube, hier muss man gerade ausgehen oder so. Ja, mit Speed und jetzt rauf. Ja, und jetzt? Nein. Hast du es geschafft? Nein! Nein, du hast es nicht geschafft. Oh nee, ne? Und der allerletzte. Oh, Alter, das hat so lange gedauert jetzt. Ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Pass auf. Okay, wie geht denn das? Schön sprinten und Sprung! Woppa! Oh, was? Okay, warte, ich komme auch. Sprinten und Sprung! Ja, sehr gut! Alter, was? Nicht schlecht! Okay, okay, okay. Was haben wir jetzt hier? Essen und eine Rüstung! Was? Ey! Oh, ich habe dir, glaube ich, mein Brot gegeben jetzt. Okay, nein, meins. Soll ich dir lieber schon anziehen, die Rüstung? Ich weiß es noch nicht. Zieh die Rüstung. Nee, mach lieber nicht. Mach lieber nicht. Okay, Brot noch hier ganz kurz. So. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt sind wir hier. Also kommt jetzt hier gleich ein Gegner oder was? Du die Tür zuerst öffnen oder soll ich sie öffnen? Ich mach mal auf, ja. Oh, ich will hier noch schon irgendwas oder was. Die haben hier die Stimmen. Hä? Was ist da an der Decke? Was ist da an der Decke? Was ist das denn? Hä? So eine Qualle oder so was? Das ist ja voll eklig. Das ist ja übertrieben eklig. Guck mal, sie niest auch die ganze Zeit die Qualle. Die ist echt am Niesen. Okay, warte. Dann werden wir uns wahrscheinlich gleich ganz, ganz komische Dinge erwarten. Ich hab Angst. Ich hab sehr viel Angst. Ich hab auch sehr Angst. Oh Gott, hier ist so ein Ding direkt. Wow, 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 wow. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, er ist wohl direkt geholt. Was ist das? Sehr gut. Was hast du bekommen? Ich weiß nicht. Das war irgend so ein, äh, keine Ahnung. Hab ich nichts. Das war ein Schlitt oder sowas? Nee, nee, das war anscheinend nur die Seele. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr von sowas. Da ist noch mehr. Hier hinter. Hier sind zum Glück gleich zu holen. Oh, wir müssen gar nicht gegen die kämpfen. Guck mal, hier geht's schon weiter. Sehr gut. Bist du sicher? Haben wir nicht irgendwas übersehen? Nein, nein, nein. Die sind dahinter gefangen anscheinend. Oh, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Okay. Oh Gott, oh Gott. Okay, was können wir uns hier craften? Was ist da an der Küste? Ja, hier. Oh, ein Boot wahrscheinlich, ne? Okay, warte mal. Ich lasse mal ganz kurz zwei Boote. Ich glaube, wir müssen unter Wasser atmen oder sowas, ne? Das Ding ist, also ich würde mich das sogar zutrauen, das zu schwimmen, aber ich weiß, dass wir es nicht schaffen würden. Nee, nee. Okay, pass auf. Ich hatte eine Idee. Wir können, äh, ja, das würde funktionieren. Und zwar hier nehmen wir auch eine Tür. Weil ich glaube, unter einer Tür können wir atmen. Wie soll es denn jetzt eine Tür... Atmen mit einer Tür? Niemals. Lass es ausprobieren, lass es ausprobieren. So, wir sind jetzt hier. Okay, okay. Jetzt sind wir... Oh, guck. Oh mein Gott. Und hier kann man es ja schon direkt platziert. Ja, ja, guck mal. Oh Gott, okay, okay. Jetzt müssen wir schön weiterschwimmen. Ja. Schön weiterschwimmen, schön weiterschwimmen. Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Oh mein Gott, ich erkenne gefühlt gar nichts. Ich erkenne auch nichts. Oh nein. Ich mache hier, glaube ich, ich mache hier gleich mal eine kleine Luftkammer. Mach jetzt hin, mach jetzt hin. Jetzt. Hier. Oh nein. Schaffst du es doch? Oh mein Gott, ich hatte eine Luftblase. Oh, ich hatte auch noch ein. Oh, ich auch. Oh mein Gott. Okay, lass dir vorhin jetzt weitergehen. Können wir die Tür da vorne aufmachen? Geht das? Ich glaube ja, ich glaube ja. Oder? Ja, es geht. Sehr gut. Und rein und rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Jetzt sind wir so ein Unterwassertank hier. Ich glaube schon, das ist hier alles aus Bedrock und wir müssen... Ah, da können wir nicht... Das geht nicht. Das dauert zu lange. Wir müssen durch die Wände durchgraben oder so. Hier in der Kiste. Äh, ein Hebel und eine Schaufel. Und 32 Gunpowder. Ja, wir können TNT selber machen. Dafür brauchen wir nämlich Sand. Oh. Ah, okay. Ah, okay. Den Sand baue ich mal ab hier. Okay, das ist clever. Dann machen wir alles ab jetzt hier. Alles, was geht. Wie war doch mal das Rezept für TNT? Weißt du das noch? Äh, ja, ja, weiß ich noch. Weiß ich noch. Okay, dann droppe ich dir jetzt mal den Sand hier. 20 Stück haben wir. Okay, danke schön. Mal gucken, ob das reicht. Und es gab zwei verschiedene... Pass auf, ich glaube, man muss das so machen. So ein X machen irgendwie, glaube ich, mit beiden, ne? So. Nee, okay, dann war das andersrum. Ey, das dauert so lange hier, Stein abzubauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall TNT. Ich glaube, ein TNT wird reichen oder so, ne? Ein TNT reicht, ein TNT reicht, ja. Dann platziert das da gerade hin. Ich mach den Hebel hin. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gib los weg, Kasper. Gib los weg. Oh, was, Alter? Oh nein. Und wir fangen den Hebel. Stimmt, dann haben wir immer noch den Hebel, ne? Sehr gut, sehr gut. Was ist denn jetzt das hier gerade? Oha. Das scheint doch irgendein Part vom Gefängnis zu sein. Äh, okay. Das ist auf jeden Fall echt richtig verrückt. Äh, was ist das denn? Flammenwerfer! Ein Flammenwerfer und noch so ein Tank. Also so ein Tankflussflammenwerfer, ne? Ja, sehr gut. Damit kann man jetzt einfach... Aua, hör doch auf! Okay, tut mir leid, tut mir leid. Ich hab ihn nur ausprobiert. Ich hab ihn nur ausprobiert, Kasper. Ey, Mann, was machst du denn? Nicht jetzt, das war nur ein Versehen. Das war nur ein Versehen. Das tut doch weh, das tut weh. Ich seh grad, dass die Flamme ja auch funktioniert. Das ist ja voll cool. Oha, natürlich funktioniert das. Das ist ein Flammenwerfer, aber natürlich geht der. Ja, okay, okay, okay. Es tut mir leid, auf jeden Fall. Tut mir leid. Okay, okay, okay. Lass mal gucken, was hier hinter der Tür ist. Und mal gucken. Wow! Oh, was? Nein, 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 nein. Nicht aufwecken. Ganz leise. Nicht aufwecken. Leise! Oh Gott. Okay, ganz vorsichtig. Lass ganz leise außen an dem vorbeigehen. Aber guck mal, der bewacht ja die Tür da drüben. Siehst du das? Der bewacht da irgendwas anderes. Siehst du, was er da hat? Er hat irgend so ein... Der hält ja irgendwas in der Hand. Lass mal gucken, was das ist. Ich will das... Warte mal, ich nehme das jetzt mal ganz kurz, okay? Okay, nimm dir das, nimm dir das. Meins. Hallo. Ne, oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Alter, was ist das Feuer? Es geht auf mich. Au, 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 au. Schlag ist mit Schwer, mit Schwer. Hauen, hauen. Ich bin eingefroren. Er haut dich. Er haut mich. Bleiben an. Flammenwerfer. Oh, laufe, 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 laufe. Ich laufe, 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 laufe. Pass auf! Nein, der flieh schon wieder ein. Das ist so ein Vierteil. Ich hau ihn, ich hau ihn. Au! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das ist richtig verrückt. Guck mal, das hat's noch keine Beine. Schnell, ein Flydown. Au! Oh Gott, oh Gott. Was haut der so wild rum? Ja, ich geh mal hinten ran, ich geh mal hinten ran. Oh Gott, nein, mach doch was. Er hat gerade noch was gemacht. Oh! Oh Gott, ich hau ihn ein. Ah, ich flieh wieder ein. Oh Gott. Au! Oh mein Gott, der schlägt hier wirklich wieder wild um sich. Hier, Flammenwerfer. Oh Gott, oh Gott, das Ding ist echt... Er brennt, wir müssen echt mit Feuer bekämpfen. Ich laufe weg, ich laufe weg. Ah, er kippt die Trotten. Sehr gut, ich hau weiter auf. Flammenwerfer. Komm, letzten Schläge jetzt hier. Bam, bam, bam. Und... Bam, bam. Ja! Oh! Ist es K.O.? Alter, guck dir mal hier dieses Monster an, Bro. Hä? Warte mal, der hat's gedroppt. Was hat er gedroppt da? Was ist das? Hier ein Eiskristall. Wow! Ich kann nicht damit einfrieren, oder? Hey, aua! Aufhören. Hahaha, nein, guck mal. Aufhören, aufhören. Ich kann nicht damit einfach reizieren. Oh nein, pass auf. Das brennt hier jetzt alles ab, Kasper. Oh nein, du hast recht. Oh oh. Oh Gott, oh Gott, schnell raus, schnell raus. Es brennt, es brennt, schnell raus. Alter, was? Wir haben Feuer gelegt. Schnell. Oh, Leute, das ist der komplette Gefängnis in die Luft gehen, ne? Oh Gott, oh Gott, schnell raus hier. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Okay, du musst jetzt hier schnell rausgehen. Oh mein Gott, Kasper. Jetzt hier nach oben? Oh Gott, oh Gott. Das ist gerade gar nicht gut, was wir gerade gemacht haben. Oh Gott, ey. Die suchen uns auch. Ich höre doch auch die Sirenen. Schnell, wir müssen alle Beweise vernichten, Kasper. Oh Gott, oh Gott, schnell. Alle Beweise vernichten. Das Schaf. Okay. Nein, ich hab das Schaf angezündet. Nein, nicht das Schaf. Oh Gott, oh Gott, weg hier. Weg, weg, weg. Hier wohnen die Wärter, hier wohnen die Wärter. Vorsicht, dass sie dich sehen. Nicht, dass sie dich sehen. Lauf weg, zu schnell, Kasper. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Auch rein, bis zum nächsten Mal. Weg hier, ciao, ciao. Kasper. Ja, was geht ab, Jo? Hey, guck mal, wir machen heute das krasseste Lucky. Guck dir das mal an, wie das alles aussieht. Diesmal wird es wirklich anders werden, weil die Farben auch getauscht sind, ne? Du bist nicht so auf meiner Seite. Die gehen auch voll schnell auf. Ja, ja. Die gehen auch voll schnell auf, die Lucky Lücke. Du. Hä? Hey. Nein. Aufhören. Da bin ich zurück. Da bin ich zurück. Ich geh rüber zu mir. Hör auf, ich geh rüber. Ich bleib' ich. Oh Gott. Ach, nein. Ach, man behält seine Items gar nicht. Okay, warte einen Moment. Ab jetzt behält man seine Items. Sehr gut, sehr gut. Mach mal auf. Ja. Die Falle. Nein. Das guck ich mir mal genauer an. Nein. Hallo. Ertrink. Ertrink. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Digga. Oh mein Gott, ich hab noch eine Enderperle geworfen und die kommt nicht mehr an. Ich glaub's nicht. Und ich geh drauf, leid's leider auch. Mano. Zeig mal. Zack. Und oh. Was ist das für ein Spassungsball? Reparatur 1. Das ist ja Müll. Das ist ja wirklich richtiger Müll. Oh, nein. Oh nein, lauf, lauf. Killerbeam. Die Wehen. Die Wehen. Oh mein Gott. Au. Okay. Hast du Lust? Immer noch eine, immer noch eine. Stich mich. So, okay. Okay. Ah. Nee, ne? Hä? Nee, ne? Hä? Ah, du musst sie jetzt langsam rausgraben. Ich muss sie einfach nur rausbauen. Oh nee. Okay, ich war jetzt hier. Oh. Uh. Endertron. Okay. Enderperle. Endertron hat mir jetzt willkommen. Die bringen jetzt gerade den Sofjan. Aber die hätten ja viel gebracht, wenn wir ohne, äh. Ja, stimmt, stimmt. Kann man sich sein Inventar safen? Ja, was? Ich muss mich hier rausbauen, Alter. Jetzt habe ich es aber gleich. Und, äh, komm schon. Bitte. Ey, komm. Jawoll. Okay, okay, okay. Sehr gut. Au. Oh mein Gott. Alter. Am helligsten. Oh, jetzt habe ich noch, okay, Sand. Was ist denn das hier? Jetzt haben wir ein Schleimlock. Ey, nee, oder? Und ich bin endlich raus. Oh Gott. Sehr schön, sehr schön. Zeig mal auf. Auf und eine Suppe. Oh, äh. Ich auch. Ich habe auch eine Suppe bekommen. Hier, das sage ich zu deiner Suppe. Das sage ich zu deiner Suppe. Hey, aufhören. Okay, wir kommen auf und. Au. Ich habe eine komplette Eisenrüstung bekommen. Was? Und ich kriege den Blitz, oder was? Oh mein Gott. Guck mal, eine komplette Ei. Ich bin full iron. Und warte mal. Das ist auch nicht alles. Ich kann jetzt mit meinen Enderperlen. Könnte ich doch halt theoretisch den Parcour abkürzen hier, oder? Nein, ich glaube nicht. Oh. Oh, ich habe neue Blöcke. Ja, aber das Ding ist, wir bringen die Blöcke halt nichts, ne? Oh, das ist ein krasser, alter, das ist ein krasser Parcour. So. Das ist krass. Das ist doch leicht hier, so. Und, aua. Oh. Und zack, hier an die Leiter ran. Ist hier unten noch irgendwo ein Lucky Block, ne? Oh, toll. Hätte ich mal die Suppe jetzt behalten. Jetzt verliere ich mein Essen gerade. Wo bist du? Mein Gott, jetzt bin ich, ich bin hier oben tatsächlich. Wo oben? Ach, da bist du erst. Und, ich habe nur noch zwei Herzensatz. Das war neulich ganz, alter, wie hoch man hier jetzt klettern muss. Wie hoch geht denn das hier jetzt? Oh, nein, ne? Keine Lucky Block sehe ich gerade. Bro, wo muss ich wieder zurück? Nein. Nicht, dass jetzt hier irgendwie außen. Ich muss wieder ganz an den Anfang. Ah. Oh, nee, ne? Oh, Mann. Ich komme. So, ich bin endlich wieder oben. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass dieser Dropper. Ja, ich komme hier auf und zack. Boah, das war vielleicht ganz, Leute. Aua, nein. Uuuuuh, au. Okay, meine ist hinten rechts ich gerade, das Wasserding. Also, in jeden Fall. Warte mal, ich muss mal genau gucken. Das ist ja mega dunkel hier, sag mal. Okay, ich habe es geschafft. Ich bin hier. Oh Gott, ich muss ein bisschen Wasserdingen durch. Was ist das für ein krasses Lucky Block Rennen hier? Das ist voll der Lucky Block Parcours hier. Ich gehe schon drauf am ersten Ding, ne? Oh Gott, ich muss hier schwimmen. Ich muss hier schwimmen. Oh Gott. Ich habe gleich keine Luft mehr. So. Verdammt. Schwimm weiter, schwimm weiter. Ich schwimme ja schon. Komm schon. Nein, wieso das denn? Oh mein Gott, aua. Ey, ich weiß gar nicht, in welche Ecke ich hier rein muss. Diese hier? Aua. Oh Gott, ich bin fast drauf gegangen. Ich habe nur noch Hälfte meines Lebens. Okay. Hier, ja. Ey, so krass, Alter. Ey, wo muss ich denn hinspringen? Hinten rechts. Ich mache schon mal meinen nächsten Lucky Block auf. Oh Gott. Lol, was ist denn das? Oh Gott. Weiter, 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 weiter. Und du schaffst es, ne? Weiter, weiter, weiter. Natürlich schafft er es. Ich bin mir wie ein Weltmeister lang. Na, und da kommt er. Und raus hier. Oh. Ey. Lass die Tin-Fische in Ruhe. Die Tin-Fische. Oh nein. Ich brauche jetzt langsam mal irgendwelche krassen Schwerter oder so, weil ich habe noch gar keine Rüstung. Ja, wäre gar nicht schlecht. Aua. Lass mich in Ruhe, ihr Bienen. Alter, ich habe hier auch direkt 100 Bienen. Aua. Aua. Alter, stecht mich ruhig alle. Oh Gott. Ich wurde gerade fast von den Dings geholt, von den Zombies. Ey, ich habe bis jetzt noch gar nichts. Das fällt mir gerade auf. Ey, Bro, ich werde hier nur getroffen von irgendjemandem. Nein, 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 nein. Die Zombies. Die Zombies. Ja, komm. Nein, ich verbrenne, oder? Ich habe mal eine. Nein, 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 nein. Oh. Oh, oh. Okay, alles gut hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Verzauberte Diabrostplatte. Ey, das ist doch frech. Feuer Schutz 4 Haltbarkeit 3 Jahren, man. Die ist richtig gut. Wieso kriegst du denn jetzt schon so Sachen? Diabplatte. Diabplatte. Sehr gut. Okay. Ich kriege nichts. Ich habe bis jetzt noch nichts bekommen. Oh mein Gott, die springen bald hinten hin. Oh. Eine Lucky Pickaxe. Oha. Nein. Warte mal, das bedeutet... Ey, schon wieder Bienen, Bro. Sechs Bienen aus einem Block. Das bedeutet... Oh mein Gott. Ich kann den ja... Bro! Was machen die Bienen? Die hauen mich hier runter. Mann. Guck. Jawohl. Ganz viel Eisen für mich. Sehr gut. Aha. Baust du da also die Eisenblöcke ab? Alles klar. Oh Gott. Können die Bienen nicht in Ruhe lassen jetzt? Weil dann kriege ich nämlich ganz viel... Ganz viel Gold. Ach, Gold bringt dir doch gar nichts. Guck mal, wie ich die Falle überlebt habe. Wieso, wenn ich einen Apfel bekomme? Ich nehme mir, du spawnt die Falle. Wie, welche Falle? Oh Gott, oh Gott. Da oben geht die... Oha, was? Ey, Bro, das ist das vierte Mal hintereinander Bienen. Ja. Guck mal, wie viele auch hier sind. Das Ding ist, ich kriege ja nicht mehr irgendwas. Ich kriege ja eine Kartoffel raus. Guck mal, wie viele Bienen. Aua. Alter, hier sind auch wieder zehn Bienen. Ey, Bro, ich kriege... Ey, ich kriege... Äh. Ich brauche gerade noch mal ein Schwert oder sowas. Ich brauche gerade eine Kartoffel, zwei miteinander... Ja, du brauchst ein Schwert. Die wirst du... Wieso? Was hast du? Was hast du? Die ja blockt. Die ja blockt. Nein, damit kannst du schon mal eine Brustplatte machen. Ja, eigentlich schon. Aber ich kriege echt keine guten... Ey, ich habe noch eine Lucky Pick, ey. Das glaube ich weiß nicht. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich hole mir die mal kurz ab bei dir. Ich habe die runtergeworfen. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Hör auf. Ich habe doch gar kein... Ich habe doch gar kein Glück. Da waren auch original nur 15 Kupfererzen drin. Oh nein, ey. Das hättest du mir auch mal gönnen können, sag mal. Das Ding ist, ich habe doch nicht mal irgendwas. Hallo. Ich doch auch nicht. Du hast eine Eisenrüstung. Was für Eisenrüstung? Ich habe... Ah ja, toll. Du hast eine Diabrusplatte. Ey, ich habe doch nicht mal eine Crafting Bench. Also ich habe doch nicht mal die Möglichkeit, die zu craften. Ich habe gerade gesehen, dass einfach gerade Lederrüstung hier rausgekommen ist. Aus meinem Dingens. Ey, ich kenne nur Blöcke. Und schon wieder Bienen. Mann, Alter. Das ist doch frech hier. Lederrüstung. Das ist das vierte Mal hintereinander Bienen. Hä, wo sind die Lucky Blöcke? Was stimmt hier nicht? Hier stimmt doch irgendwas mit dem Weg nicht, oder? Hier ist immer was verkehrt. So nach oben bauen und aufmachen. Was ist das denn? Das ist eine Kiste. Schulkerhülle. Nein. Ich brauche noch mal ein bisschen... Ich kriege echt nichts Gutes raus hier. Das kann nicht sein. Boom. Das hast du bekommen. Ah. Sag mal. So, und jetzt die Zielfeuer, ne? Da hinten auf die Zielscheibe. Bam. Ja, ja. Ich habe genau getroffen. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ein Goldblock habe ich bekommen. Cool. Ja, dann muss man mal ein bisschen besser treffen. Auf die Zielscheibe. Ich habe noch nicht mal geschossen. Hier ist... Oh, mein Gott. Warum schlägst du denn immer? First Try. Hör doch auf jetzt. Ich habe doch nicht mal was. Hör doch auf jetzt. Ich mache doch gar nichts. Ich mache doch gar nichts. Unglaublich. Oh, mein Gott. Nein. Hier. Das ist nicht dein Ernst. Na, ob du das jetzt richtig entscheidest? Ob du das jetzt richtig entscheidest? Ähm. Wie meinst du, dass ich richtig entscheide? What? Alter, wie viele? Wie viele? Ja, genau so viele hatte ich auch die ganze Zeit. Und zwar auch viermal. Au, au, au. 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 Ich bin von allen gestochen. Pass auf. Wir müssen uns jetzt entscheiden, durch den richtigen Durchgang zu gehen. Rechts oder links? Was meinst du? Was ist richtig? Erstmal mache ich hier meinen Lucky Locken auf. Aber ich kriege... Ich kriege einfach so Samen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hier wird jetzt kurz ein bisschen Items reingepackt. Hör auf damit. Du machst doch nicht gerade eine Goldrüstung oder was? Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich mache mir doch keine Goldrüstung. Natürlich. Ich sehe dich doch an der Craftingbox stehen. Hör auf jetzt. So. Ne. Ich weiß nicht. Hör auf jetzt. Ich habe nicht mehr viel Leben. Hör auf. Okay. 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 Geh zu deinem Ort. Ja, ist ja gut. Pass auf. Du musst jetzt entscheiden zwischen den beiden weißen Eingängen da. Nur einer kann richtig sein. Links oder rechts? Ja, ich würde glaube ich eher links nehmen. Nicht aufbauen. Und? War es richtig? Ja. Nein. Bei mir war der linke richtig. Aber es geht jetzt noch weiter gleich. Du musst gleich nochmal zwischen drei Stück. Oh nein, ey. Oh mein Gott. Zweimal richtig geraten. Oh mein Gott. Ob ich noch ein viertes Mal schaffe? Hier nochmal. Kannst du dich einfach draufstellen? Ach so. Ich habe Lederschuhe. Deswegen kann ich da draufstellen. Oh. Warte mal. Oh. Okay. Kleinen Geheimtrick gefunden. Hier. Wie geht es hier weiter? Alles klar. Wusste ich noch, dass es dieser hier ist. Zack. Hier ist so ein kleines Geheimtrick. Wieder richtig. Und jetzt geht es weiter hier. Du hast abgebaut, oder? Du hast abgebaut, die Blöcke. Tiefen, Schiefer, Lavis, Latzli, Erz. Ein Schwert. Ey, das ist doch so frech. Schärfe drei. Ich kriege gar nicht mal irgendwas. Jawoll. Schärfe drei. Ich habe nicht mal ein Schwert. Oh Gott. Ein Labyrinth, ne? Ein Labyrinth. Ich checke es auch gerade. Oh mein Gott, ja, ich habe den richtigen. Ich save auch. Zack. Was ist das denn? Geleeblock? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding? Aua. Weg mit dem Teil, Alter. Aua, was war das? Hier nochmal Blöcke. Ja, das Ding ist, ich habe gar kein... Ohhhh. Ich habe ja gar kein Schwert. Tja, dann müssen wir so gegen deiner kämpfen. Ich habe Lederrüstung. Bist du bereit? Eins gegen eins? Ich habe Lederrüstung. Es ist mir egal, was du hast. Na gut, okay. Let's go. Hör auf. Was machst du denn da? Sag mal. Ich brauche noch kurz Zeit zum craften. Ja, ist das auch? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich kriege Schaden manchmal. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Bam, Junge. Digger, immer auf mit deinem komischen Bogen da rum zu feuern. Das macht ganz schön Schaden. Das war der andere, das war der andere, nicht ich. Ah, oh Gott. Hey, hör, gib mir. Damit hörst du sofort auf. Nein, Bielen. Jawohl. Jawohl. Bielen. Oh Gott. Bielen. Bielen. Bielen, lass mich in Ruhe. Aua. Jungs, greif ihn an. Jawohl. Nein. Ich muss ja nicht mal was machen. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Okay, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ja, sehr gut. So, jetzt mal hier ein bisschen springen. Alles klar. Ja, spring du mal, du Springmeister. Ja, bin ich aber echt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn für ein komisches Monster? Oh. Oh, ist hier noch ein Lucky Block für mich über? Korrekt. Oh mein Gott, hier ist noch ein Nigger. Locker. Locker noch voll viele. Ja, wo denn? Alter, ich bin, ich hab so eine Slowness oder sowas. Komm raus da. Was machst du da? Nein. Das kommt nicht in Frage, Digga. Wie zu, dass du da rauskommst? Komm da sofort raus. Ah. 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 Stehbleiben. Ja, Mann. Ich hab von diesem Monster sogar langsam schlagen gehabt. Ja, ich auch. Wie hat er das auch? Ich hab das ja eben gespawnt. Ja, ich konnte nichts machen. Gar kein Schwert. Gar keine gute Rüstung. Schaffst du es noch einmal, um mich zu holen? Dann hab ich hier wirklich dreimal hintereinander gewonnen. Schaffst du nicht? Okay, warte mal. Okay, okay, okay. So, wo bist du? Komm her. Ja, vorne. Komm, du doch. Du bist komm. Trau dich. Ich hab drei Herzen, ne? Ich mach jetzt hier keine langen Faxen, Alter. Geh weg, Digga. Mach nicht den jetzt. Wo bist du? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Chance, Anders. Oh mein Gott, Digga. Ich hatte jetzt zwei Herzen, dass ich mich eigentlich mal treffen müssen. Was soll ich denn machen? Meine Pickaxe hat drei Angriffsschaden oder so. Du hast doch die Arrüstung. Gewonnen. Unglaublich. Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Herzen seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.